So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem 6 Free No Tsurugi, wir sind wieder hier in Folge 82 und ja, ich hab lange nicht aufgenommen, ich bin so eine faule Socke, das ist so schlimm gerade. Und ich hab mich jetzt über ein bisschen über das Kapitel verbildet, wir kriegen keine neue Einheiten, das hat mir auch schon gereicht, an der Stelle konnte ich dann dankend sagen, okay, I don't give a fuck, ist mir also völlig Wumpe, wir können einfach drauf losknüppeln. Ich bin gespannt, ob man hier jedes Haus besuchen kann, um irgendwelche Infos zu kriegen, ich werd's auf jeden Fall ausprobieren, aber prinzipiell denke ich eher einfach durchwaschen, sieht nicht nach einem wirklich schweren Kapitel aus, wir können uns hier noch zur Not Zeugs kaufen, da werd ich dann ein bisschen Licht ausrüsten für den lieben Saul, damit er noch ein bisschen Lichtlevel sammeln kann, dat wär ganz schnärfte, dat wär mega drifte und so, aber er wird trotzdem noch ein bisschen zurückgehalten, weil er ja doch ein bisschen instabil ist und ihr habt mir gesagt, es gibt keinen Glanz in diesem Spiel, das find ich ja super töfte, also Lichtmagie wird in dem Spiel immer uns sympathischer, nicht nur, dass die Trefferrate und vielleicht zu Anima mega scheiße ist, sondern es gibt auch keinen Crit-Bony wie in späteren Games und der Gewicht ist auch nie besonders niedrig oder so, also einfach keine Vorteile gegenüber anderen Magiewaffen, was einfach schlecht ist. Aber gut, lassen wir uns mal so gefallen, ich werd mir jetzt einen Blitz kaufen, damit ich irgendwann Göttlichkeit benutzen kann, die Wein, aber erstmal, was, der Wein? Nee, das hat nichts mit Alkohol zu tun, das ist so fies. So, dat ist ja suffizient. Kluge Wörter und dumme Menschen, dat passt gut zusammen. So, wir sehen hier sehr viele Distanz-Einheiten, deswegen hoffe ich, hat jeder genug Distanz-Schmier, schmeißt den er kacken, den er schmeißen kann. Ja, da zweifelt ich gar nicht dran, Ironbow, Handaxe, so ne was da, ja du hast natürlich kein Distanz-Schwert hier, weil hier werden so viele Bogenschützen durch die Gegend fliegen, Leute, das ist abnormal. Wir werden die ganze Zeit nur beschäftigt sein, irgendwelche komischen Bogenschützen abzuwerden, davon würde ich mal jetzt erstmal ausgehen an der Stelle. Gut, mehr ist erstmal nicht da, ich, äh, wollte noch gucken, haben wir vielleicht für echt noch für, äh, äh, für Broskatschaft, ob wir da noch vielleicht eine, äh, irgendeine Distanz-Lamste haben, irgendwas geiles wäre da mal ganz cool. Weil der hat nur so eine halbe Javelin, das ist doch scheiße, dat will doch niemand, deswegen hab ich die Hoffnung, dass ich hier irgendwas, hier so ein Kurzsperr, oder, oder, nee, gar nichts. Naja, dann musst du damit jetzt mal leben, Broskatschaft, warte mal, du kannst doch jetzt so Echse benutzen, ne? Warte mal, kannst du jetzt Echse, ah, oh, 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 ist zwar kacke, ich weiß, es ist ein großer Nachteil, komm, wenn wir mal eine Steel-Lance dafür weg, du brauchst Distanz-Waffen, und deswegen geb ich dir mal ganz, äh, ich hab keinen Wurfball mehr. Ja, gut, dann haben wir das auch schon mal, und du kriegst auch eine Silber-Lance übrigens, einfach mal so, komm, haust du rinnen damit. Und dann würde ich sagen, äh, check Map, äh, saven, können wir noch machen, und dann, äh, ja, easy cheesy. Let's say go, Freunde, fighting number one, round one. The law of Sakai, das Gesetz von Sakai. Oder wie löser ich klinge, weil er sagt, Sackgasse, wie kommt man da rauf, das ist doch blöd, das hört sich so dumm an. Die trurianische Armee marschiert gegen uns. Alles entsprechend dem Plan. Zieh sie näher ran. Sie werden den Tag bereuen, an dem sie unseren Pfad gekreuzt haben. Wurden die anderen Clans bereits benachrichtigt? Nun, in der Tat. Also, einige scheinen aber nicht, äh, mit dem, mit der Allianz, mit Bern einverstanden zu sein. Aber es ist eine bessere Alternative als eine Invasion von Etruria. Gut. Die trurianische Armee wird, äh, ein easier, äh, ein leichterer Gegner sein als der Silberwolf. Sie kennen dieses Land nicht. Sie sind, äh, unvertraut mit unserer Art. Äh, die Clans vereinen sich, um gegen die Eindringlinge zu kämpfen. Ja. Dies ist das Gesetz von Sakai. Niemand hat uns beigestanden im Kampf gegen Silberwolf, äh, gegen den Silberwolf. Weil es ein, äh, ein, äh, ein, ja, ein Clanstreit war, ein Streit unter Clans war. Aber dies ist ein Unterschied. Nun, dass wir mit Bern, äh, nun, dass wir mit Bern, äh, äh, alliiert sind, äh, brauchen wir die anderen Clans nicht. Nicht mehr exakt. Es gibt einige, äh, die die Idee, äh, Bern beizutreten, äh, achso, die eine Idee, die Idee von, äh, die, äh, die es nicht, äh, dulden, wenn Bern in Sakai eintritt. Ich habe gehört, einige Clans sind dem, äh, der, 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 der Gurea-Kraft oder der Gurea-Macht, äh, von Silberwolf beigetreten. Er ist ein Half-Wit. Was ist denn? Er ist ein sturer Halbaffe. Irgendwie so was. Er sollte besseres zu tun wissen, als uns gegenüber zu treten. Er weiß doch, was aus diesen, äh, was aus jenen wird, die versuchen, gegen Bern zu kämpfen. Äh, Bern hat, äh, selbst, äh, die stärksten, äh, ja, die stärksten, äh, Städte wie Bulgar mit ihm mit ganz leichter, äh, mit Leichtigkeit eingenommen. Wenn eine Kraft nicht geschlagen werden kann, dann muss man dieser Kraft beitreten. Unser Pfad ist, äh, instead of common sense. Achso, unser Pfad ist so leicht zu erklären. Das Gesetz von Sakai ist unbrechbar. Oder unumstößlich, in dem Fall. Ja, Prinzessin! Wir, wir, approachen, also wir, wir treten an Berns Armee heran. Ja, ich weiß. Weil, so, umso näher wir kommen, umso mehr werden wir mit Soldaten von Bern aufeinandertreffen. Es wird nicht lange dauern, bis wir in voller, in einem vollen Kampf mit Bern feststecken. Ich möchte euch etwas fragen, bevor das passiert. Natürlich. Ich habe Gerüchte gehört über King Sefil. Ich habe gehört, dass er seinen Vater getötet hat, den vorherigen König. Ich konnte es kaum, ich konnte es selbst kaum glauben. Ihr glaubt an ihn mit all dieser Stärke, dass ihr aus eurem eigenen Land geflohen seid. Wenn, nun, wenn King Sefil wirklich so, so fies und scheiße ist, wie die Gerüchte es sagen, denn, bin ich sicher, denn würdet ihr all das nicht tun, was ihr getan habt. Prinzessin, ich habe das Feiernleben akzeptiert, das Feiernleben nicht im Kampf einzusetzen und dafür einen Weg zu finden, diesen Krieg friedvoll zu werden. Ich denke, dass ich das Recht dazu habe, über die Gerüchte, über, über, naja, zu wissen, ob diese Gerüchte wahr sind. Ich entschuldige mich, bitte gib mir einige Zeit. Ja, ich denke mal, der Reaktion zur Folge hat sich auf jeden Fall von den Gerüchten was gehört. Wäre ja auch komisch, wenn nicht jemand ist, die Schwester des Königs. Also, ja, würde mich wundern, wenn da nicht mal irgendwo Information durchgesickert ist. So blond ist er dann doch nicht. Also, von daher, ich denke mal schon, dass da irgendwas in der Richtung... Irgendwas wird da schon noch dahinter stecken, aber, Leute, wir finden es auf jeden Fall raus. So, ihr könnt mir jetzt erstmal Licht kaufen. So, und zwar ganz viel. Wollen wir ein bisschen mehr? Wir können ja nicht mal sagen, ja, vielleicht ist ja noch eins im Lager. Haben ja mal ein Gefühl, das ist immer doof und wie. Deswegen gib mir mal so ins und, ja, komm, hier, gehen wir mal Merlinus hier und da hier Flux... Ah, da haben wir mal eins. Kling, kling. Oh, voll gut. Das ist ja mal weh. Das hat mich verschluckt. Entschuldigung. Könnt ihr das bitte aufhören? Danke. Ist ja lästig. So, und hier könnt ihr auch, denke ich mal, zur Not nochmal ein paar Langsperre kaufen, weil ich auch das machen werde. So, wie sieht meine Taktik für dieses Match jetzt hier aus? Die Einheiten sind relativ wenig. Es gibt wenig Platz, um sich zu verstecken. Hier oben könnte man ein bisschen campen, weil es halt nur zwei Felderbrücken gibt und genug Wälder und einen Fluss herum gibt es hier auch. Das ist nicht das Problem. Aber ich denke, bei den wenigen Einheiten werde ich gar nicht die Not haben, mich zu verstecken. Es sind nur einzelne weiterentwickelte Normadensoldaten dabei. Wir haben es beim letzten Mal schon durchscannt. Es sind jetzt nicht wirklich viele bösartige Waffen dabei. Ja klar, logisch gibt es immer einzelne gefährlich, aber ich denke mal schon, dass wir das auch ohne großen Schockmoment relativ gut überstehen können. Die meisten haben hier nur einen Short-Ball. Es ist also relativ klar, dass wir das relativ easy annehmen können. Ich meine, auf Distanz sind sie nicht sehr stark und im Nahkampf wahrscheinlich zu unpräzise. Ich nehme es mal ganz stark an. Geschwindigkeit ist mit Level 5, mit 15, 12, 16, 13, 12, so ein Durchschnitt von 14, würde ich sagen. Gar nicht mal schlecht, aber ich denke mal, die meisten von uns sollten sie trotzdem doppeln können. Es sollte eigentlich kein Problem werden groß. Selbst die nicht ganz so Schnelleren unter uns hier, die sollten problemlos, ja, definitiv wie problemlos, die Chancen haben hier, die wegzudoppeln. Er wird wahrscheinlich am meisten Probleme kriegen, aber... Hey, thanks a lot, wird das schon hinbekommen. So, würde ich sagen, let's go. Wir werden auf jeden Fall jemanden mit Multi- und Fernkampffähigkeiten nach vorne schicken, damit er möglichst gut alles easy abfangen kann. Und ich glaube, dafür würde sich Louis anbieten, weil er ja doch eine relativ vernünftige Defense hat. Trotzdem noch genug Speed hat, genug Glück, um nicht gekrittet zu werden. Er hat auch noch ein bisschen magische Resistenz und er hat halt einfach die Option, halt immer Nah- und Fernkampf auszupacken. Das ist natürlich ein großer Vorteil, darf man natürlich nicht verheimlichen. Allerdings ist Jura im Weg, finde ich so cool. So, ich würde sagen, ich versuche schon mal die ersten Penner hier anzulocken. Mit einem Schwert, ja, ich weiß, das ist natürlich lebensmüde, aber... Hey, komm, go. So, Louis, du wirst helfen. Ich weiß, jetzt können natürlich hier Ray sich dazustellen. Aber dadurch, dass die Defensive ihm jetzt nicht so gegolten ist, denke ich, wäre das nicht der beste Idee. Aber du stellst dich trotzdem mal dazu. Er ist für die Simport, der ist ja auch noch da. Und ihr könnt eigentlich euch problemlos in irgendeiner Form überall hinbewegen, wo ihr es dann möchtet, weil ihr zwei seid zusammen eine unglaubliche Ausweichmaschine. Ich glaube nicht, dass die beiden jemals irgendwie in irgendeiner Form getroffen werden mit... Hä? Greift das gerade nicht? Oder hast du wirklich so wenig Ausweichen? Nee, der hat wirklich so wenig Ausweichen. Das ist ja nicht gut. Ihr habt ja schon gesagt, der Rüdiger, der Rüdiger, der ist gar nicht so gut geworden bei mir. Der kann doch nicht jeder OP werden. Das wäre ja auch ein bisschen seltsam. Das wäre dann schon wirklich ein bisschen krass. Es gibt noch mehr Charaktere. Auch von den anderen Charakteren. Eigentlich wollte ich am Anfang World trainieren. Mittlerweile sehe ich, dass das nicht so die beste Idee gewesen wäre. Weil halt einfach nur Fernkampf immer fixiert ist und das halt irgendwie später oder früher oder später zu schlechten Optionen führt. Aber prinzipiell habe ich das anfangs versucht. Aber die Level-Ups waren so scheiße, so unterirdisch, dass ich mir so gesagt habe, gut, wenn du nicht willst, nein, dann halt nicht. Ist ja nicht mein Bier. So, Tanki Tank geht nach draußen. Schnappt sie seine Eisenlanze voll guten. Ja, du hast den Delphi-Schild. Das heißt, du kannst das eigentlich relativ easy hier wegchoken. Das ist eigentlich jetzt nicht das größte Problem. Ist echt nicht so die Welt, ne? Ist auf jeden Fall schaffbar. Sie kann das hier easy weg tanken. Die Pfeile sollten hier nicht viel Schaden machen. Milady hat genug Defense, um trotzdem nicht viel Damage zu nehmen. Jedenfalls von denen, die nur einen Shortball haben. Weil da ist der Boni jetzt eher zu vernachlässigen. Aber provozieren gegen so viele sollte ich es dann vielleicht auch nicht. Gegen Einzelne kann man das mal machen. Aber so ist das. Ein bisschen too much, denke ich. Ja, komm, lauf mal oben durch. Geht schneller als über den See zu latschen, falls der Bob-Dom in den See latschen kann. Du gehst mal auch mit Hand-Axe ins Spiel, weil es halt einfach eine Nahkampf- und Fernkampfoption ist. Eigentlich ist das kacke ich in die Schwerter, ne? Naja, kriegen wir schon hin. Und Roy, du bleibst wie üblich hinten und schaukelst deine Böhnchen. Äh, du solltest zu Thanks-A-Lot gehen, weil jetzt zwar immer noch Support-Boni auf Level A, was natürlich immer gut ist. Und Gon-Fo, Gon-Fo, mach dein Ding hier, jo! Gon-So weiß Bescheid. Na, dann kommt Meier. Da kommen die ersten Leute, die sind angetüftelt hier mit einem Stahlschwert. Wollen sie versuchen, aber no chance, bro. Da kommt der nächste Stinky. Und auch wir hier, oh, drei Damage, wow, er hat es hinbekommen. Glückwunsch, Boba, leider wirst du dafür sterben. Du wirst einen hohen Preis bezahlen für diese drei Damage, die ich mir sowieso gleich wieder weghealen werde. Muhahaha. So, jetzt frage ich mich, die kommen alle angestiefelt. Nee, nicht alle. Der Schamane bleibt stehen. Aber vielleicht ziehen die auch einheitenbasiert und, ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber es ist wirklich nur drei Damage, es ist wirklich eher eine humane Sache. Also es ist... Klar, man sollte schon vor den Nomaden, die haben bestimmt ein bisschen mehr Stärke auch. Äh, seinen gewissen Respekt haben aber an sich, denke ich mir so. Ja, komm, easy go, ja. Ich glaube, wir verharren jetzt hier an der Position, so wie wir jetzt stehen, erstmal ein bisschen. Jetzt muss ich auch noch gehen, weil das ist ein Ritter für eine Scheiße. Und dann werden wir erstmal so ziemlich den ersten Ansturm abwarten. Na, das ist, denke ich, die beste Idee, die man hier verfolgen kann. Ja, ich denke schon auf jeden Fall. Das ist... Das Beste, was ich bis hierhin erstmal machen kann. Weil das ist halt... Das Problem ist halt... Die werden uns jetzt alle zur Pelle rücken. Wenn ich mich aufteile, weiß ich nicht... Ich weiß ja nicht, ob in irgendeiner Form... Ich habe mich nur belesen, ob Charaktere kommen. Mehr habe ich nicht gelesen. Schon aus... Ich will ja mein Blind so ein bisschen aufrechterhalten. Und deswegen denke ich mir, vielleicht sollte ich mich nicht zu weit vorwarten. Aber ich denke mal, im Prinzip... Gerade Gonzo wird ja... Boah, quats! Ich habe den erstmal ein Stückchen gehälftet. Da gibt es jetzt gleich ein bisschen Pferdefilet für Lasagne. Ah, versteht er? Ich bin in dem komischen Skandal vor ein paar Jahren. Das ist glaube ich noch gar nicht so lange her mit dem... Oh, ein Armorslayer! Boah, der macht mir glatt 5 Damage. Das ist ja fast gruselig. Würde ich sagen, ich scheiße da... Ich will ja für den Penner jetzt hier nicht. Nee, das ist doch so wasted, Alter. Nimmst du den hier? So ist der... Oh, ein Lensweaver. Oh, fuck you. No, das ist auch ein Ghoul. Ja, klar, der macht mir keinen Damage. Aber ich triff vielleicht kein zweites Mal. Jut, dann übernimmst du halt auch den Armorslayer. Ist ja auch egal. Machen wir es halt so. Ist ja auch mal Wumpe. Falls der überhaupt trifft, der kleine Knüdelfritze hier. Die 5 Damage, der steckt doch in der Boskatschow. Easy weg. Das Boskatschow. Das Bosers, reine Seele. Was? Der Bote ist ja Alkoholiker. Kai, please. Ja, ja, Entschuldigung. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, nicht wahr? Na, Freunde? Oh, Mann. Dass ich immer solche moralisch verwerflichen Dinge in meinen Videos immer protegieren muss, das ist eine Katastrophe, Freunde. Irgendwann hetzen die mir die Kinderschutzbund auf dem Hals. Dann werden meine Let's Plays gebannt. Hey, dann werden sie bestimmt berühmt. Immer das, was verboten ist, ist cool. So, dann würde ich sagen, übernimmst du hier mit einem Geil... Oh, 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 oh. Handex hat Boni. Oh, der Bogen ist trotzdem besser. Let's sing with her. Und leider mal. Zip, zip, wow. Critical Hit. De, 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 de. Ja, unser Lord ist schon ein porno-röser Löffel. So, Sue, ich würde sagen, du snipest einen der Schamanen hier vom Feld. Nimmst den Killer-Bow, reicht auch für einen One-Hit. Allerdings muss ich sagen, die Trefferarten sind so niedrig, dass es schon fast zu vernachlässigen ist. Bam! Svoro-Action-Qrrrm... Smude, Smude,... Was ist das, diese Fier? Ja, da läuft jetzt der Livestream bei mir. Falls ihr übrigens dieses Video heute noch seht, heute ist ja Donnerstag bei mir, dann könnt ihr euch schon mal einscheiden. Am Samstag gibt es wieder Livestreams und morgen gibt es noch ein bisschen Ne Rohットuche. Ähm... So, Rüdiger. Ja, der Rüdiger, der Rüdiger, der Rüdiger. Kommst mal hinterher, hier. Und Tussi Nelda bleibt ganz nah bei dir. Ihr habt ja auch schon... Ah, nee, B grad, da kann ja noch ein bisschen was werden. So, du kommst auch mit, denn du sollst nicht leveln. So, ihr stellt euch wieder in drei Feldern näher zusammen, damit die Support-Boni genießen. Oh, da unten kommt ganz schön viel. Egal. Louis will do this. Mit Fire. Fire. Elf. Elf Fire. Ne, das ist ja Robin. Aus Dingsenbumsen. Ihr wisst schon. So, Flugopferdezenten bleiben bitte und du stellst dich mal hierhin, so halbwegs im Hinterrücken. Im Hinternrücken. Voll lustig. Und ich weiß nicht, so richtig traue ich mich noch nicht nach raus. Wie viel damit machst du? 18, war der erst 15. Also viel mehr ist das jetzt auch nicht, ne? Komm, ein bisschen ist möglich. Hörschlitz. Oh, schlitz. Winzige 8-Pünktchen. Unreu, wie üblich, bleibt hier hinten. So, schau mir, was du vergessen hast, nigger. Hab ich das wirklich gesagt? Das war politisch inkorrekt. Oh, nein, Gonzo. Boah, 16 Damage. Holy shit. Das ist eine Resistenz, ne? Daneben. Tichy. Ja, wissen wir, Gonzo. Du bist ein toller Keks. Oh, wow. Der hat Crit. Ja, das sollte ich vielleicht nicht unterschätzen. Meine Güte sind jetzt nur, in Anführungszeichen, nur 18 Damage, aber trotzdem. Das würde mich wundern, wenn es nochmal trifft, übrigens. Oh, heute Glück. Gibt sogar 20 Erfahrungspoints. Very good. Ja, man darf natürlich nicht unterschätzen, dass es so ein Shortball immer Crit gibt. Ja, ich sehe es gerade hier schon. Oh, du Arschloch. Spooder Magic. Also, Ray, so langsam ist es uncool, wenn du alle killst, weil da können alle nachrutschen. Alter, wie der mit 60% einfach alle trifft gerade. Oh, Level Up für Ray. Yeah, Trigger hat ein Level Up. Oh, schade. Weder Glück noch Defense, aber hey, was will man erwarten? Das ist Louis. Irgendwie fängt die Musik cool, aber irgendwie auch mich. Das ist ganz komisch gerade. So, da kommt so ein komischer Pferdefritze an mit einem Pony, was so ein bisschen blass aussieht. Dem werde ich gleich mal ein bisschen Farbe einprügeln. Ach, da kommt ja noch einer. Na gut, von mir aus. Ich finde, die Pferde sehen irgendwie blass aus. Den ist doch schlecht. Hört auf zu reiten. Lauft doch mal zu Fuß, ihr Schweine. Die sind alle faul. Ich sage es euch. Oh, Alter. Hört ihr mal auf mit 40? Okay, was will ich mich beschweren? Ich habe gerade viermal mit 60 irgendwas getroffen. Für meine Verhältnisse ist das gut. So, aber ein bisschen Tarni kannst du noch machen hier. Oh Gott, reicht ja gar nicht. Oh, reicht ja auch nicht. Reicht eventuell. Komm, versuchen wir es. Habs, Brams. Und Kroos. Level up für Tarni. Warum heißt die eigentlich Schana? Wie hat es mir mal erklärt, warum die die umbenannt haben? Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe es vergessen. Oh, guck mal, ein Lichtopfer. Wunderprechtig. Guck mal hier. Klingling. Swut. Na komm, hier. Mach dein Frisselzeug. Das ist mir egal. Ach, schön. So läuft das doch. Tuftig, fruchtig hier. So, wir sind schon mal bei 20 Minuten. Was ist denn los hier? So, das ist natürlich jetzt gar keine Akzeptanz hier. Ein bisschen werde ich hier auf jeden Fall noch schlitzen. Das fällt gar nicht erst. Oh, Killing. Killing Edge. Quit versus Quit. Yo, schlitz. Daneben, Bro. Oh, jetzt. Das sieht auch so fresh aus. Ich finde das cool. Ist voll geil, ey. So, und du kriegst ja den Avo-Boost. Du kannst aber auch in Nahkampf gehen, dann passiert dir nämlich auch nichts. Also, eigentlich mit dem Döner, den da hinten, wäre ja eine gute Idee, ne? Weil der hält ganz schön viel aus. Also, die halten ein bisschen was aus, sagen wir mal so. Ne, komm. Nahkampf. Ne, Kampf. Feuer. Shreps. Burn. Er klingt immer wie Donner und wird dann zum Feuerzeug. Das ist quasi ein elektrisches Feuerzeug. Versteht er? Oh Gott, was ist denn da los, ey? So, da ist ein Vivenlord. Der wirkt natürlich sehr gerne mit Siu irgendwie so ein bisschen. Ja. Guck mal hier. Bro, zap, zap. One-Hit-K.O. Oha, K.O., wie es ja gerne abgekürzt wird. Ja, mal diese Pokémon-Insider. So. Ja, du bleibst weiter hinten. Da unten kommen ganz viele Mega-Ponys. Alte Schwede. Ist ja gar nicht viel oder so. Äh, so was mache ich mit euch jetzt hier. Ich würde ja sagen, Gonzo will auch mitspielen. Gonzo darf aber nicht mitspielen. Oh, Mano. Ja, sorry, Gonzo. So hat der auch nicht geplant, ne? Eins, zwei, drei, sechs. Passt. Kriegst du ihn kaputt? Na ja. Na ja. Also. Na ja. So vielleicht. Ach komm, schaffst du schon. Shreps. Ach, Mist. Irgendwann musste ja mal was daneben gehen. Kann ja nicht ewig gut gehen. Allen, level up. Klingling, level three. Nice. Ein bisschen Skill und Glück, das hilft der Trefferrate. Und ich würde sagen, du schnappst dir den da oben. Mit der Silver Lance. Oh. Vielleicht reicht der Iron. Ja. Nice. Mann, Lance. Ich bin ja überrascht von dir. Weil gegen defensiv starke Einheiten hat er nicht so die besten Quoten, ehrlich gesagt. Das überrascht mich ein bisschen. Ach, Rittmeister sind coole Einheiten. Muss man schon sagen. So, Borskatschow. Kommt hier hinten noch mehr Gedöns? Ja, ein paar Pferde fritzen. Ganz, ganz spät. Ruf mal direkt rum und hau mal richtig drauf los. Ja, reicht sogar. Shreps. Zip, zip. Bums. Oh, Alter. Er macht da erstmal richtig fett. You spin me wide round, bitch. Und verpasst ihm den Headshot des Jahres. Und Borskatschow kriegt ein Level up. Level vier. Yay. Yay. Mehr Defense. Anyway. Nice. So, und hier kann man ja mal den Bogen zücken. Ist ja nicht so schlimm. Komm, scheiß drauf. Triffst schon. Rups. Dann eben und. Was? Was? Loll? Ich doppel ihn nicht? Warum nicht? Oh, okay. Oh, okay. Ich hab nichts gesagt. Das ist gut. Das ist fest, der Junge. Ja gut, dann bleibt er da jetzt halt stehen. Ist ja auch mal egal, wie jetzt alle hier nach oben gelaufen sind. Mal Gonzo, bleib bei unten. Ja, mal Gonzo. Ja, Gonzo, wisst Bescheid, Mann. Gonzo, wir wissen, dass du hier unten bleibst. Bleib mal hier. Und, äh, Handang. Ja, versuch's mal. Komm. Wir versuchen's jetzt. Wir bilden jetzt hier das, äh, das, äh, Dreier Nahkampf, äh, Fernkampftrio. So, das sind bei euch für ein niedriger Level. Du, okay, dann geh du mal nach vorne in hier, das Ding. Und du stellst dich hier hin und healst ihn jetzt. Stablevel, zack, zeigungswut. So, und bevor jetzt die nächste Folge losgeht, also die nächste Runde, mach ich jetzt die Überleitung zur nächsten Folge, Leute. Ich danke vielmals fürs Zuschauen an der Stelle. Es sieht nach einem relativ easy Kapitel aus. Die Gegner sind schon auf knapp 2, 4, 6, 10, 12, 14 dezimiert. 15 mit dem hier oben, aber der ist eh schon halb Fischfutter. Also, da denke ich, wird ein easy cheesy Kapitel freuen. Da auch mal freu dich auf die nächste Folge trotzdem. Denn da erfahren wir vielleicht, ob unsere Prinzessin vielleicht mehr über die Gerüchte weiß. Vielleicht ist es ja alles auch nur Humbug. Man weiß es ja nicht, aber vielleicht. Vielleicht hat sich der kleine, brave Junge aus Fire Emblem 7 so sehr verändert. Wir werden's erfahren. Bis dann wieder. Macht's gut, haut rein, tschüss, Sikowski, und tschau.